Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Danek Brün und das hier ist eine weitere Episode unseres Unity 3D Crashkurses. In diesem Video werden wir uns mal mit Physics auseinandersetzen. Genauer gesagt werden wir uns mal anschauen, was Rigid Bodies sind. Und dann werden wir uns auch noch mit den Collidern von Unity auseinandersetzen. Denn Kollisionsabfragen sind in der Spieleentwicklung wirklich ein essentielles Thema. Das muss man einfach verstehen. Und die Kollisionsabfragen in Unity sind ein bisschen besonders. Also für Anfänger ist es immer ein bisschen verwirrend. Deswegen möchte ich einfach mal auf das System dahinter ein bisschen genauer eingehen, damit man das auch wirklich versteht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Beginnen wir doch einfach mal mit den Rigid Bodies. Und dafür lösche ich jetzt einfach mal diese zwei Objekte hier, weil die brauchen wir nicht mehr. Und wir erstellen uns jetzt einfach mal hier über GameObject und dann 3D Object eine Plane. So, die positionieren wir auf 0, 0, 0, 0 und 0. Dann können wir die auch noch ein bisschen nach unten schieben. Und über dieser Plane positionieren wir jetzt einen neuen Cube. Wir gehen also wieder auf GameObject, 3D Object und dann Cube. Und dann sehen wir den hier in der Szene. Am besten positionieren wir auch mal unsere Kamera ein bisschen anders. Wir sehen es ja hier in der Vorschau, wie die positioniert ist. Wir ziehen die einfach mal ein bisschen weiter vor, dann ein bisschen nach oben. Und wir drehen sie am besten auch so, dass die ein bisschen nach unten zu dem Cube guckt. Und wenn wir jetzt in den GameView gehen, dann sehen wir das Ganze hier. Damit wir den Cube jetzt auch von der Plane auseinanderhalten können, weil die sind ja beide weiß, werden wir auch noch ein Material hier zuweisen. Wir erstellen uns dafür einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt einfach mal Materials. Und hier im Materials Ordner erstellen wir jetzt ein neues Material. Jetzt muss ich es erstmal finden hier. So, hier, Create und dann Material. Und das nennen wir jetzt einfach mal Cube Material. So, und diesem Cube Material weisen wir hier unter Albedo eine andere Farbe zu. Und zwar mache ich den jetzt einfach mal schwarz. Genau. Und dieses Material weisen wir jetzt diesem Cube hier zu. Ich ziehe es also einfach da drauf. So, jetzt können wir das Ganze ein bisschen besser auseinanderhalten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Rigid Bodies sind. Nun, ein Rigid Body ist im Grunde einfach nur ein Körper, welcher Physik simuliert wird. Das heißt, die Physik Engine sorgt dafür, dass dieser Rigid Body, dieser Körper, ja, auf Kräfte reagiert, dass Kräfte auf den einen wirken können, dass dieser mit anderen Objekten kollidieren kann und dann sich entsprechend bewegt, zum Beispiel abprallt oder sowas in der Richtung. Also, ja, das ist ein Rigid Body. Einfach ein Physik simuliertes Objekt in unserer Szene. Und ein Rigid Body weist man als Komponente zu einem Objekt zu. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf diesen Cube und den wollen wir jetzt mal zu einem Rigid Body machen. Wie geht das? Wir fügen einfach eine neue Komponente hinzu. Wir klicken einfach hier auf Add Component und dann habe ich hier schon Rigid geschrieben, um das zu finden. Wir sehen es ja hier, man kann Rigid schreiben. Dann sieht man hier die Rigid Bodies. Es gibt einmal einen Rigid Body, einen ganz normalen für 3D-Objekte. Und dann gibt es auch noch für 2D-Objekte Rigid Body 2D. Also, ja, falls man ein 2D-Spiel macht, sollte man den verwenden. Wir sind jetzt aber in einem 3D-Raum und jetzt weisen wir diesen Rigid Body einfach mal zu. Und jetzt platzieren wir dieses Objekt, also diesen Cube, einfach mal ein bisschen weiter oben und wir werden sehen, dass wenn wir das Spiel jetzt starten, dass der nach unten fliegt. Schauen wir uns das mal an. Und siehe da, der fliegt nach unten. Und das Besondere an den Rigid Bodies ist, dass die wirklich sehr gut für sich simuliert werden. Das heißt, wenn ich den jetzt einfach mal so ein bisschen drehe, auf verschiedenen Achsen, dann fliegt der ja so nach unten, dann sollte der ja wie so ein Würfel landen. Und das sehen wir hier jetzt auch. Also, das ist wirklich eine sehr präzise Physik-Simulation, die hier stattfindet, wenn wir einen Rigid Body zuweisen. Das ist also ein Rigid Body. Ein Rigid Body ist ein physik-simulierter Körper, der mit anderen Körpern kollidieren kann und entsprechend nicht durch diese durchfliegen kann und der ja allgemein auch auf Kräfte reagieren kann, also auf den Kräfte einwirken können und so weiter und so fort. Das ist also ein bewegliches Objekt, das Physik simuliert wird. Jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Und eine davon ist zum Beispiel hier Use Gravity. Wenn wir das ausmachen, dann wirkt die Gravitation in unserer Welt nicht mehr auf diesen Würfel. Das heißt, wir sehen es hier, der schwebt jetzt einfach in der Luft. Das ist also mal Use Gravity. Und dann gibt es hier jetzt noch Is Kinematic und darauf komme ich später noch zu sprechen. Jetzt wollen wir mal über Collision Detection sprechen. Reden wir dabei erstmal über sogenannte Collider, denn ohne Collidern kann man in Unity keine Kollisionsabfragen machen. Ein Collider ist eine unsichtbare Form, die wir über ein Objekt drüberlegen können und über diese Form wird dann die Kollision abgefragt. Das heißt, die Kollision wird nicht direkt an dem Model abgefragt, das wir unserem GameObject zugewiesen haben, sondern an dieser Form, die der Collider darstellt. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier ja diesen Cube, der hier fliegt. Und wenn wir uns mal in den Inspektor hier reinwagen, dann sehen wir, dass hier ein Box-Collider standardmäßig schon hinzugefügt wurde. Dasselbe ist übrigens auch bei unserem Plane der Fall, denn sonst hätte unser Cube gar nicht mit diesem Plane kollidieren können vorhin, als wir den Würfel drauf fallen lassen haben. Also du siehst es hier schon, hier ist schon ein Mesh-Collider zu diesem Plane zugewiesen worden. Und ja, wie gesagt, diese Collider sind im Grunde einfach nur unsichtbare Formen anhand von denen eine Kollisionsabfrage durchgeführt wird. Klicken wir mal unseren Cube wieder an. Und hier drin in diesem Cube deaktivieren wir jetzt einfach mal den Mesh-Renderer, damit der Cube hier an sich nicht mehr gerendert wird. So, und dann sehen wir hier diese unsichtbare Form. Also jetzt hier im Scene-View ist die natürlich sichtbar für uns, weil wir damit arbeiten müssen. Aber wenn wir mal in den Game-View gucken, dann sehen wir diese Form nicht. Und diese unsichtbare Form, dieses grüne, diese grüne Outline von dem Würfel, das ist der Box-Collider, der diesem Würfel zugefügt wurde. Wir sehen ja hier den Box-Collider und wenn wir den deaktivieren, dann sehen wir, dass diese Form hier nicht mehr leuchtet. Also, ja, das ist also ein Zeichen dafür, dass der jetzt deaktiviert ist. Wenn der nicht mehr so hell ist, wenn wir den wieder aktivieren, dann ist der wieder hell. Und anhand von dieser unsichtbaren Form wird die Kollision abgefragt. Wenn wir diesen Würfel jetzt einfach mal zu einem anderen Collider machen, zum Beispiel zu einem Sphere-Collider, dann wird die Kollisionsüberprüfung natürlich anders aussehen bei unserem Rigid-Buddy. Machen wir das einfach mal, entfernen wir mal hier diese Komponente, diesen Box-Collider und aktivieren wir mal wieder den Mesh-Renderer und starten wir das Spiel jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier keinen Collider zugewiesen und dann sehen wir, dass der Würfel hier einfach durchfliegt, weil er keinen Collider hat, mit welchen er die Kollisionsabfragen durchführen kann. Fügen wir jetzt mal eine neue Komponente hinzu und schreiben wir hier jetzt einfach mal Collider und dann sehen wir hier die ganzen verschiedenen Collider, die Unity schon zur Verfügung stellt. Es gibt Box-Collider, es gibt Capsule-Collider, es gibt Sphere-Collider und es gibt hier auch all diese Collider in 2D-Varianten. Also wenn du ein 2D-Spiel programmierst, dann nimm immer die 2D-Version davon. Und wir weisen diesem Cube hier, welcher ja eigentlich ein Würfel ist, jetzt einfach mal einen Sphere-Collider zu, also einen Ball-Collider. Ja, so, wenn wir den Cube jetzt mal angucken, dann sehen wir, dass im Inneren davon jetzt diese Outlines von dieser Sphere sind. Wir können ja auch nochmal den Mesh-Renderer ausmachen, dann sehen wir den Collider jetzt auch. Und wenn wir das Spiel jetzt starten, dann werden wir feststellen, dass unser Cube jetzt rollt. Also das ist hier dieser Sphere-Collider. Machen wir das einfach mal. Okay, das sehen wir jetzt nicht wirklich. Wir müssen dafür unsere Plane ein bisschen kippen. Rotieren wir die Plane einfach mal so ein bisschen. Und dann sehen wir das auch. Und dann sehen wir, dieser Würfel rollt jetzt, weil wir jetzt als Collider, also als diese Form, die die Kollisionsabfrage durchführt, eine Sphere zugewiesen haben, also einen Ball. Das sind also Collider. Ich denke, das ist jetzt klar. Jetzt ist es so, dass man bei der Arbeit mit Collidern einige Dinge beachten muss. Und über diese Dinge möchte ich jetzt einfach mal sprechen. In Unity gibt es drei verschiedene Arten von Collider. Und zwar den sogenannten Static Collider, den sogenannten Rigid Body Collider und den sogenannten Kinematic Rigid Body Collider. Und diese drei Arten von Collidern schauen wir uns jetzt einfach mal an und deren Besonderheiten vor allem. Denn wenn wir nicht verstehen, wie diese funktionieren, dann könnte es passieren, dass wir sehr unperformant arbeiten und dass wir auch sehr fehlerhaft arbeiten. Also fangen wir mal an beim sogenannten Static Collider. Ein Static Collider ist sehr einfach zu verstehen. Ein Static Collider ist im Grunde einfach nur ein GameObject, dem ein Collider von irgendeinem Typ zugewiesen wurde. Und dieses Objekt besitzt neben dem Collider keinen Rigid Body. Ein Beispiel für so einen Static Collider ist hier in unserer Szene zum Beispiel diese Plane. Wir haben hier keine Rigid Body Komponente drin, aber eine Collider Komponente. Und jetzt ist es wichtig, dass man versteht, dass diese Static Collider wirklich statisch behandelt werden müssen. Das heißt, man darf diese zur Laufzeit nicht über den Transform einfach bewegen oder diesen Collider davon deaktivieren oder aktivieren. Denn Unity, beziehungsweise die Physics Engine von Unity, nimmt bei Static Collidern an, dass diese sich niemals bewegen werden und führt dann im Hintergrund ein paar Optimierungsarbeiten durch, die die Performance ein bisschen verbessern. Und wenn wir jetzt diesen Collider, beziehungsweise diesen Static Collider, einfach nur bewegen, während das Spiel schon läuft, dann ist das Ganze fehlerhaft und wir bekommen einen Einbruch in unserer Performance. Und es kann auch passieren, dass dann die Kollisionen wirklich fehlerhaft berechnet werden. Deswegen sollte man Static Collider, also Collider, die einfach nur hier in einem GameObject drin sind, aber kein Rigid Body haben, nicht zur Laufzeit bewegen. Static Collider nimmt man zum Beispiel für die Level-Geometrie her und ja, für all die Dinge, die halt immer gleich auf derselben Position sind, die halt statisch sind. Und was auch ganz wichtig ist, dass man das versteht, ein Rigid Body Collider kann mit einem Static Collider kollidieren und dann entsprechend darauf reagieren. Also das haben wir hier schon gesehen, dieser Collider hier, beziehungsweise dieses GameObject hier, ist ja ein Static Collider und dieses GameObject ist ein Rigid Body Collider und der Rigid Body Collider kollidiert ja einwandfrei mit dieser Plane hier. Deswegen, das funktioniert schon mal einwandfrei. Aber das wollte ich nur mal erwähnt haben, denn wenn man jetzt einen Static Collider bewegt zur Laufzeit, dann kann es wirklich zu sehr starken Problemen kommen und das führt auch wirklich zu Performance Einbußen. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Das sind also die Static Collider. Kommen wir jetzt zu sprechen auf die sogenannten Rigid Body Collider. Rigid Body Collider sind sehr einfach zu verstehen. Ein Rigid Body Collider ist im Endeffekt einfach nur ein GameObject, dem ein Rigid Body als Component hinzugefügt wurde und aber auch ein Collider. Und das ist schon alles, was man über Rigid Body Collider sagen kann. Der Unterschied zwischen diesen Static Collidern und den Rigid Body Collidern ist der, dass hier von der Physics Engine nicht angenommen wird, dass diese statisch sind und deswegen kann man die natürlich auch bewegen, weil hier diese Optimierungsarbeiten im Hintergrund nicht durchgeführt werden. Bei Static Collidern war das ja so, dass man die nicht bewegen durfte. Also Rigid Body Collider sind aber physik simulierte Objekte. Dementsprechend dürfen die natürlich auch ohne Einbußen bewegt werden. Das sind also Rigid Body Collider. Einfach nur Collider bzw. GameObjects, dem Collider hinzugefügt wurden und ein Rigid Body und das war es dann auch schon. Was hier auch noch wichtig ist, ist, dass die auf nicht IsKinematic gestellt sind, also dass hier das Häkchen weggemacht wurde bei IsKinematic, denn sonst würde es sich hierbei um einen Kinematic Rigid Body Collider handeln. Und über dieses IsKinematic bzw. über die Kinematic Rigid Body Collider möchte ich jetzt mal sprechen. Ein Kinematic Rigid Body Collider ist im Grunde einfach nur ein Rigid Body Collider, bei dem wir hier in der Rigid Body Komponente IsKinematic auf True gesetzt haben, also hier das Häkchen gemacht haben. Aber was hat das für Auswirkungen? Nun, ein Kinematic Rigid Body Collider ist ähnlich wie ein Static Collider, nur dass man hier jetzt die Möglichkeit hat, diesen auch ohne Performance Einbußen zu bewegen über den Transform zum Beispiel. Also wir haben hier jetzt zwar einen Rigid Body drin, aber dieser Collider bzw. dieses GameObject allgemein reagiert jetzt nicht mehr auf irgendwelche Kräfte oder auf Kollisionen von anderen Physiksobjekten und wird dann irgendwie abgestoßen oder so. Sondern das ist wie ein statischer Collider, nur dass man diesen halt noch bewegen darf, wenn man das möchte über den Transform. Diese Art von Collider nimmt man dann her, wenn man zum Beispiel eine Tür hat oder sowas in seinem Spiel, die sich gelegentlich auch öffnen kann und dann dementsprechend bewegt werden muss oder solche Dinge halt. Also immer dann, wenn man ein Objekt hat, das eigentlich statisch ist, das sich aber hin und wieder vielleicht doch mal bewegen muss. Dann nimmt man einen Kinematic Rigid Body Collider. Das waren jetzt also mal die drei Arten von Collidern. Wir haben jetzt gelernt, was ein Static Collider ist. Das ist ja einfach ein Collider, beziehungsweise einfach ein GameObject, dem man ein Collider zugewiesen hat und mehr nicht. Die darf man nicht bewegen. Dann haben wir hier die ganz normalen Rigid Body Collider angeguckt. Das ist im Grunde einfach nur ein Objekt mit einem Rigid Body und einem Collider. Dieses darf natürlich bewegt werden und kann dann entsprechend auch Kollisionsabfragen durchführen. Und wir haben uns die Kinematic Rigid Body Collider angeschaut. Das sind einfach Collider, die einen Rigid Body besitzen, die aber trotzdem statisch sind, aber hin und wieder trotzdem mal über den Transform bewegt werden dürfen. Also, ja, das sind bewegliche, statische Collider sozusagen. Alles klar. Dann haben wir uns jetzt diese Arten von Collidern mal angeschaut. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie man auf Kollisionen im Code reagieren kann. Jetzt gibt es hier auch wieder zwei verschiedene Arten von Kollisionen in Unity und über die möchte ich jetzt auch mal ganz kurz sprechen. Es gibt einmal die ganz normalen Kollisionen. Sprich, wir haben ein Objekt, zum Beispiel diesen Würfel hier und dieses Objekt fällt jetzt zum Beispiel auf diese Plane und dann knallen die Collider von diesen beiden Objekten halt aneinander. Der Cube wird jetzt von dieser Plane hier nicht durchgelassen. Das ist nämlich eine richtige physikalische Kollision. Und das sind Collisions in Unity. In Unity sind ganz normale Collisions, richtige physikalische Kollisionen, Sprich, die Collider überlappen nicht von diesen Objekten, sondern die knallen aneinander und reagieren dann physikalisch aufeinander. Dieser Cupid zum Beispiel fliegt auf diesen Static Collider und rollt dann da drauf rum. Das sehen wir ja jetzt hier, wenn ich das Programm starte, dann sehen wir, dass dieser Cube runterfällt und dann landet der auf diesen Collider und rollt dann da entsprechend entlang. Das sind Collisions. Wenn wir von Collisions in Unity sprechen, sprechen wir von solchen physikalischen Kollisionen. Es gibt in Unity aber jetzt noch ein weiteres Konzept von Kollisionen, über das ich auch noch sprechen muss, denn das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das kennt. Es gibt in Unity auch noch sogenannte Trigger-Kollisionen. Das sind jetzt nicht diese klassischen physikalischen Kollisionen, sondern das sind einfach nur überlappende Collider, sage ich mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Plane hier den Collider zu einem Trigger machen, gehen wir einfach mal hier in den Mesh-Kollider von dem Plane, machen wir diesen Convex, das müssen wir bei Mesh-Kollidern machen, damit wir die zu Triggern machen können, und machen wir dann Ist Trigger auf True. Jetzt handelt es sich hierbei um einen Trigger-Kollider. Und ein Trigger-Kollider, der verursacht jetzt keine physikalische Kollision, wie wir es gerade gesehen haben, sondern der erkennt einfach nur, dass ein anderer Kollider in diesen Kollider reingekommen ist und da kann man dann entsprechend darauf reagieren. Man kann darauf reagieren im Code, dass ein anderer Kollider diesen Trigger-Kollider betreten hat. Man kann darauf reagieren, dass der noch da drin ist und man kann auch auf das Verlassen des anderen Kolliders reagieren. Wenn ich das jetzt zu einem Trigger mache, das habe ich ja gerade eben schon gemacht, dann fliegt dieser Würfel einfach da durch. Das sehen wir jetzt hier. Es findet keine physikalische Kollision mehr statt. Aber es wurde natürlich erkannt, dass der andere Kollider von dem Rigid-Buddy hier, hier wirklich durchgeflogen ist. Und das kann man dann im Code entsprechend auch abfragen und darauf reagieren. Das sind also die zwei Arten von Kollisionen, die es in Unity gibt. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das versteht, denn sehr, sehr häufig brauchen wir, wenn wir im Code mit Kollisionen arbeiten, nur diese Trigger-Kollisions. Die brauchen wir wirklich öfter als die ganz normalen Kollisions. Und ich möchte auch wirklich, dass man das versteht. Also ganz normale Kollisions sind diese physikalischen Kollisionen. Das heißt, ein Kollider knallt auf den anderen Kollider und die überlappen dann nicht, sondern die liegen halt aufeinander und der eine Kollider lässt den anderen nicht durch. Da wird wirklich eine physikalische Berechnung dann stattfinden. Und es gibt die Trigger, bei denen man einfach nur einen Bereich abfragen kann und gucken kann, ob da ein anderer Kollider in diesem Kollider drin steckt. Okay, das sind also die zwei verschiedenen Arten von Kollisionen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal im Code an, wie man auf solche Kollisionen reagieren kann. Erstellen wir uns doch einfach mal ein Skript. Gehen wir hier auf Assets, dann auf Scripts und hier drin erstellen wir jetzt ein neues C-Sharp-Skript mit dem Namen Collision-Test. So, Collision-Test, das passt. Und dieses Skript, das werden wir jetzt einfach mal auf diese Plane hier draufziehen und dann können wir hier auf dieser Plane Kollisionsabfragen durchführen und gucken, ob irgendein Objekt damit kollidiert und dann Ausgaben hier in der Konsole machen, wenn das passiert. Ziehen wir also mal Collision-Test hier drauf und öffnen wir dann Visual Studio und in Visual Studio öffnen wir jetzt das Skript Collision-Test.cs. So, jetzt haben wir das hier geöffnet und die Start- und Update-Methoden brauchen wir hier jetzt nicht, deswegen löschen wir die hier jetzt einfach mal raus. Um Kollisionen abzufragen, gibt es hier von MonoBehaviour zur Verfügung gestellt Methoden, die wir hier überschreiben können und diese Methoden werden immer dann ausgeführt, wenn eine Kollision stattfindet. Es gibt zum Beispiel die Methode private void on collision enter. Es gibt hier jetzt natürlich auch eine 2D-Version, also die 3D-Version ist ohne irgendwas, nur on collision enter und die 2D-Version hat am Ende vom Namen noch ein 2D, aber wir sind hier ja in einem 3D-Raum, deswegen sagen wir private void on collision enter und ja, das lassen wir dann einfach mal so generieren. Wir haben dann hier auch eine Parameterliste, wo ein Objekt vom Typ collision übergeben wird, das heißt collision und in diesem Objekt befinden sich alle Informationen über diese Kollision, die jetzt stattgefunden hat. On collision enter ist eine Methode, die immer dann ausgeführt wird, wenn ein Objekt jetzt direkt kollidiert mit dem Objekt, auf dem sich dieses Skript hier befindet. On collision enter wird dann ausgeführt, wenn die Kollision gerade startet. Es gibt jetzt noch eine weitere Methode, die wird immer dann ausgeführt, wenn in einem Frame die Kollision noch immer stattfindet, also private void on collision stay heißt das Ganze. Das sehen wir hier. Das ist eine Methode, die dann ausgeführt wird, wenn diese Kollision wirklich noch stattfindet. Das wird also jeden Frame aufgerufen. Das hier wird nur am Start der Kollision aufgerufen einmal und dann haben wir hier auch noch private void on collision exit und das wird einfach aufgerufen, wenn die Kollision dann endet. Wir brauchen jetzt aber nur diese Kollision enter Methode, also on collision enter und wenn jetzt eine Kollision stattfindet, wollen wir einfach auf der Konsole was ausgeben lassen. Wir sagen dann also einfach debug.log und dann schreiben wir hier rein, eine Kollision hat stattgefunden. So und das wird jetzt immer auf der Konsole ausgegeben, wenn mit dem Objekt, in dem dieses collision test Skript drin ist, ein anderes Objekt kollidiert. Es gibt hier jetzt wie gesagt noch dieses collision Objekt, das wir hier auch noch auswerten können. Da drin befinden sich wirklich allerlei Informationen über die Kollision. Das kann man ja hier einfach mal schnell referenzieren. Wir schreiben hier einfach mal collision Punkt und dann sehen wir das Ganze hier. Collider zum Beispiel, das enthält einfach das Collider Objekt, mit dem man kollidiert ist, also den anderen Collider. Dann gibt es hier noch Contacts, das sind die Kontaktpunkte von der Kollision wirklich und vieles mehr. Also du siehst, man kann hier wirklich das Ganze richtig gut auswerten und dann entsprechend darauf reagieren. Aber so tief wollen wir da jetzt auch nicht ins Detail gehen, denn sonst sprengt das wirklich den Rahmen von diesem Video. Wir haben jetzt also mit onCollisionEnter abgefragt, ob eine Kollision stattfindet und wenn das passiert, dann wird eine Kollision hat stattgefunden auf der Konsole ausgegeben. Speichern wir das Skript einfach mal und gehen wir zurück in Unity und überprüfen wir mal, ob auf der Plane auch dieses Skript drauf ist. Hier sehen wir es, Collision Test ist hier in der Plane drin. Deswegen führen wir das Ganze jetzt einfach mal aus und dann sollte da wirklich in der Konsole was stehen. Und siehe da, in der Konsole steht, eine Kollision hat stattgefunden und das wurde nur ein einziges Mal hier getriggert, denn ja, dieser Cube ist runtergefallen, ist damit kollidiert und die Kollision hat dann die ganze Zeit stattgefunden. Ich zeige dir jetzt am besten auch mal dieses onCollisionStay und onCollisionExit, damit man das auch mal sieht. Gehen wir zurück in Visual Studio, öffnen wir dafür wieder unser Skript und machen wir hier mal eine private void onCollisionStay Methode. So, jetzt haben wir hier diese Methode und wenn onCollisionStay ausgeführt wird, sagen wir debug.log die Kollision findet immer noch statt. So, da sagen wir dann also, die Kollision findet immer noch statt und wenn die Kollision dann endet, dann rufen wir auf onCollisionExit. Da sagen wir einfach debug.log die Kollision ist zu Ende. Okay, also speichern wir das Ganze und gehen wir dann zurück in Unity und füllen wir das Ganze dann einfach aus und siehe da, die Kollision findet immer noch statt und sie hat stattgefunden. Wir sehen, das Ganze hier wird jeden Frame wirklich abgefeuert und jetzt hat die Kollision geendet und dann steht hier, die Kollision ist zu Ende. Das sind also diese Collision Methoden. Das sind die Methoden, die man dann verwendet, wenn man wirklich mit physikalischen Kollisionen arbeitet, wie ich es ja gerade eben schon erklärt habe. Es gibt die Trigger Kollisionen und die physikalischen Kollisionen und diese drei Methoden verwendet man bei den physikalischen Kollisionen. Okay, dann haben wir das uns jetzt mal angeschaut. Jetzt gibt es hier aber auch noch diese Trigger und wir machen jetzt gleich mal unsere Plane zu einem Trigger. Dieses Skript befindet sich auf der Plane und jetzt fragen wir einfach mal die Trigger ab. Dafür gibt es dieselben Methoden, die funktionieren auch nach demselben Prinzip. Die heißen hier jetzt einfach Private Void On Trigger Enter und Trigger Stay und Trigger Exit. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wie das Stay und das Exit funktionieren, deswegen machen wir jetzt hier nur On Trigger Enter und da wird jetzt kein Objekt vom Typ Collision mitgegeben, sondern nur ein Collider. Da haben wir dann einfach das andere Objekt hier und können das referenzieren. Das ist also hier auch ganz cool. Wenn ein Objekt in unseren Trigger reinfällt, dann können wir darauf zugreifen mit dieser Other-Variable. Und ja, jetzt wollen wir hier einfach sagen Debug.log und da sagen wir jetzt einfach mal der Trigger wurde ausgelöst. Okay, dann haben wir das gemacht und jetzt füllen wir das einfach mal aus. Jetzt machen wir hier unsere Plane natürlich erstmal wieder zu einem Trigger. Machen wir das Ganze hier beim Collider Convex und ist Trigger. Und wenn der Cube hier jetzt durchfällt, dann wird das ausgeführt. Und siehe da, der Trigger wurde ausgelöst, weil er hier durchgefallen ist. Okay, das waren jetzt also mal Kollisionen. Das war jetzt sehr viel Input, das war ein sehr großes Video, aber das war auch wirklich ein sehr wichtiges Video. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. So, das war es dann mal wieder mit diesem Video. Weiter geht es dann im nächsten Part. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du uns mal auf unserer Website besuchen würdest. Und zwar auf www.programmieren-starten.de. Dort gibt es unterschiedliche Videokurse zur Spieleentwicklung und zur Anwendungsentwicklung. Und ja, wenn das interessant für dich klingt, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Was uns auch sehr unterstützen würde, wäre, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue Videos, wie dieses hier. Und falls das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.